Liebe Mitglieder des TSV Burr-Farmbach, am Freitag, den 28. April 2023, fanden die Wahlen der neuen Vorstandschaft statt. Ich wurde von der ordentlichen Mitgliederversammlung als erster Vorstand gewählt. Ich finde, das ist Grund genug, mich bei allen Mitgliedern heute kurz vorzustellen. Ich bin Stefan Maurer, bin 52 Jahre alt und als selbstständiger Unternehmer tätig. Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr beim TSV als Mitglied. Meine Wurzeln stammen aus der Fußballabteilung. Natürlich wünsche ich mir für unsere Fußballer, dass die erfolgreichen Zeiten wieder zurückkommen. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass sie wieder etwas höherklassiger kicken. Vielleicht fragen Sie sich, was mich den Stefan Maurer antreibt. Meine Hauptziele sind es, zusammen mit meinen Vorstandskollegen den TSV wieder in erfolgreiche Bahnen zu führen. Ich sehe mich als konstruktiven Ansprech- und Diskussionspartner für alle Mitglieder und Abteilungen. Bei allen, die mich gewählt haben, bedanke ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Mein persönlicher Wunsch ist es, den TSV in erfolgreiche Zeiten zurückzuführen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020